Ja, genau, der Typ hat heute seine erste kleine Roterausstellung fertiggestellt. Das war die Aufgabe des Kurses und das sind die Werke der anderen hier. Und jetzt kommen wir mal zu meinen schönen Gebüttel. Ja, ja, so war das. Ein bisschen Arbeit. Das ist mir, Leute. Das ist mir. Ja.